Das Gerüst Mist Komm her, geh in Deckung Also gut, die springen hinter runter und machen den Weg für uns frei Was ist mit mir? Du bleibst hier Das ist so dämlich, wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde Tust du! Du scheinst ganz gut schießen zu können Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen Aber nur auf Ratten Ratten Luftgewehr Na, ist es das gleiche Prinzip? Nimm es hoch Also gut, du linnst dich richtig gegen den Schaft Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr Okay Zieh den Bolzen zurück Da anfassen Nur ziehen Na bitte Wenn du geschossen hast Brauchst du immer schnell eine neue Kugel Hör mir zu Wenn ich da unten Ärger habe Muss bei dir jeder Schuss sitzen Ja? Verstanden Okay Mehr Vertrauen ist gut Und was die Sache von vorhin angeht Es war wirklich er oder ich Gern geschehen Das war ein komisches Danke Also gut Wenn man was klaut Wenn man was klaut Sollte man sicher gehen Dass man entkommt, oder? Ich hätte Sie sind tot! Sie sind alle tot! Verdammt! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich Wer ist tot? Die ganze Crew Alle 76 Ein scheiß Eindringling hat sie getötet Alle! Mist Weiß es der Boss? Ja Er will, dass wir alles sichern Geh zum Tor Okay Verstanden Sucht alles ab Lasst niemanden durch Na toll Okay Erstmal leise Komm, 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 komm Wo ist der? Ans Auto Los Wo ist der andere? Was? Okay Da hinten Okay Wie lange bleibst du jetzt da stehen? Ein paar Minuten? Okay, okay, okay Jetzt Jetzt oder nie Überraschung Komm hinter den Wagen Komm schon, immer mit der Ruhe Alles ist cool Ja, alles ist cool Bis bei dir die Lichter ausgehen Dann ist auf jeden Fall alles cool So Es sind noch zwei Stück Komm schon Die haben den Kerl Den armen Kerl da aufgeknüpft Gibt's doch nicht, Dreckschweine Was? Wer hat mich gesehen? Was? Was? Wer sieht mich denn da? Durch das Fenster vielleicht? Komm schon Jetzt schnappen wir in uns Halle Mach mal langsam Alles okay, Mann Ja, ja, ja Es ist alles okay Wenn du schlafen gehst Dann ist auf jeden Fall alles okay Gut Also ich sag jetzt einfach mal schlafen gehen Weil so schnell Kann man nicht einen in den Tod wirken Eher in die Onmacht In die Onmacht In die Unmacht Da drüben ist noch einer Okay Es sind noch Vier Vier Stück zum Spielen Und in dem Laden ist auch noch einer Wer sieht mich denn da? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Jetzt Surprise, surprise Hey Mann, mach keinen Scheiß Ich mach keinen Scheiß Bleib ganz ruhig Dann passiert dir auch nichts Tricksäcke Was ihr euch immer wehren müsst So Der schläft auch Da drüben ist der Okay Welche Seite, welche Seite? Da Hast wohl einen deiner Kumpels gefunden, hä? Komm Ganz Zu mir Hey Mann Wir können das doch Niemand kann was klären Außer ich Gott Nacht So Ich glaub Ich glaub in dem Laden ist noch einer Da drüben Tatsächlich Na, was zu essen gefunden Na, was zu essen gefunden? Oh oh, jetzt muss ich schnell sein Luft anhalten Kuckuck Und stirbt Das geht schneller Warum kann ich das Messer nicht ein paar mal benutzen? Zweimal insgesamt Ah, okay Ich hab die Haltbarkeit erhöht Gar nicht mal so schlecht Oh, verdammt Wir haben sie noch mehr aufgehängt Was haben wir denn da? Eine Notiz Fireflies waren das Wir brauchen die Fireflies nicht Okay Dreckschweine Hier gibt's aber nichts zu holen Dann weiter Was ich auch schon lange nicht mehr gefunden habe Ist eine Tür, die man mit einem Messer öffnet Verdammt Hier gibt's gar nichts zu holen Da drüben ist noch einer Also, leise und flink Surprise, surprise Bleib hier Schicksack Scheiße Hat das jemand gehört? Fuck Scheiße Ellie Wie viele haben wir hier? Zwei Einer kommt jetzt hier raus Hier abwartet Vielleicht komm ich einfach von hinten Und überrasch ihn einfach Flop Flop Leise Leise, weise Schön leise Wen suchst du denn, Freundchen? Suchst du etwa mich? Schnauze Du musst gar nicht weiterschreien Mach's los Such dein Kumpel Der liegt in einer riesigen Blutlarche Wo ist der Rest der Bastarde? Scheiße Scheiße Ich wurde entdeckt Ellie Warum schießt du nicht? Oh Hey Drecksack Boah, war das knapp Den hab ich gar nicht gesehen Der war voll gut getarnt Okay Die verhalten sich Halleruhig Ich weiß nicht, wo der Rest ist Oh Hier draußen noch einer Kommt schon, Leute Wo seid ihr? Ja Lasst uns spielen Fuck Gut gemacht, Ellie Gib mir Deckung Ich gehe an Halt sie in Schach Das sind drei Stück Okay Die hole ich mir Fuck Oh 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 Lass das, lass das Zünde dich lieber selber an Oh Oh Schnell die Treppen hoch Au, au Ah, heiß, heiß, heiß Mann Was war's? Ah, da unten Ellie Ein gutes Ziel Komm schon, Ellie Balle ihn ab Wow Da um die Ecke Okay, schwere Geschütze ausfahren Oh, da, da Und da Geh weg Sehr gut gepanzert, hm Komm her Scheiße Ellie Oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh, ein Pfeil Nehmen wir gleich mal mit Okay, okay Er weiß nicht, dass ich hier drin bin Oder Ja, auswärmen Ja, streck deine Fühler aus Hey Tschüss Ganz ruhig Du willst doch nicht noch mehr rufen Gut Gut, gut, gut Oh, Junge Ist das schwer hier Erstmal Medipack Zeit zum Verbinden So Wo ist dieser Vielleicht stelle ich eine Falle auf Wäre eigentlich auch nicht ganz Wo ist der? Ist der hier drin? Ja Tatsächlich Hi Scheiße Oh, fuck Na, siehst du jetzt noch was? Äh, ich auch nicht Scheiße Das war dumm Komm schon rein In meine Rauchwolke Wie er jetzt so schnell wie möglich wegrennt Feige Sau Ich dachte, wir wollten ein bisschen spielen Wo steckt der denn jetzt? Er kommt Da Da Oh, mach gleich einen Freiflug Da Geh schlafen Danke für den Monotiv-Cocktail Puh Das war's Okay, ihr könnt kommen Oh, mach gleich einen Freiflug Wie war ich? Wie wär's mit etwas... in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst... du musst Respekt haben, das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Langsam macht er sich schon Sorgen, ne? Ah, hier war ich noch gar nicht drin. Eine Bank. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwas... brauchbares. Ja! Bingo! Vasen. Hm. Wo geht's denn weiter? Na, auf jeden Fall nicht hier. Ich wollte mir noch ganz kurz die Leiche hier am Baum angucken. Nein. Hat keinen. Was ist? Oh, krass! Harte Strafe. Scheiße. Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Okay. Wir müssen zur Brücke. Die Brücke ist in welche Richtung? Ich seh die Brücke gar nicht. Da hinten vielleicht? Ah, da liegt ja auch noch was. Was zum Spachteln. Zwischendurch, wenn dich der Hunger packt. Snickers. Okay. Auch nichts. Keine Idee, wo lang... Vielleicht doch da oben lang? Ah, Moment. Was haben wir denn da? Ah, nochmal. Nochmal ein Snickers. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen doof, dass die Leichen verschwinden. Schade. Aber gut, das liegt vielleicht auch an der Playsy, dass das natürlich bei der Grafik nicht so gut verarbeitet wird. Vielleicht von hier oben. Ah, ja. Komme ich da rüber? Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Was? Ein Grill. Mit was zu essen. Mh, lecker Ratten. Sich die Pest holen. Natürlich. Ah, da geht's weiter. Jetzt gucke ich noch schnell da hinten. Ja. Ich wusste, da hat irgendwas geblinkt. Danke. Okay. Elli, hungrig? Nein? Na gut, dann geh mal weiter. Was ist denn? Oh, und die Richtung? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke für die Info. Na, los. Hopp. Komm schon. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Besser, wir schieben das wieder weg. Hilf mir mal damit. Hier. Mach nicht, lass uns. Sonst überraschen uns doch noch irgendwelche Runner. Oh, oder Clicker. Ah. Okay. Wir brauchen das sowieso. Na, dann ist ja gut. Na, komm schon. Und. So. So kommen wir bestimmt hoch. Aber da hat auch noch irgendwas gefunkelt. Ein dreckiger Lumpen. Ah, okay. Ah. Sehr gut. Kommst du, Elli? Gut. Tabletten. Hab ich da draußen jemand gesehen? Okay. Was haben wir denn? Wir verbessern mal, würde ich sagen, den Rückstoß. Damit es uns nicht dauernd so wegfetzt. Mist. Und. Nein. Verdammt. Ich wollte noch eine Langwaffe. So ein Mist. Hm. Hm. Mist. Wegen einer Schraube. Einer kleinen Schraube. Ja, vielleicht finde ich ja hier irgendwo eine. Ja. Komm schon. Wegen einer Schraube. Das ist mir jetzt nicht dein Ernst. Runter, scheiße. Fuck. Was machen wir denn? Gar nichts. Nein. Nein. Es ist ziemlich viel los, weißt du. Wer soll's? Nächst kein Essen? Das ist ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Geh, hier. Dreckschweine. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber. Oh Mann. Echt schade, Herr. Gehen wir zur Brücke. Okay. Hoffentlich kommen wir dort lebendig hin. Wahrscheinlich brauche ich eine Schraube. Eine einzige. Eine einzige Schraube. Gehen wir aus dem Weg, Ali. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwo eine. Ansonsten muss ich's halt aufsparen fürs nächste Mal. Naja. Sieht wohl so aus. Gut. Ich hab nach oben. Vielleicht kommen wir über die Dächer. Zur Brücke. Mist. Das Fenster. Nein. Probieren wir's doch hier. Unter. Unter. Wir haben sie die Wörter gekündigt. Hunter. Jetzt müssen wir doch die zwei auf dem scheiß Weg aftreten. Fuck. Hier muss eine ganze Armee sein. Wir haben sie es geschafft, die Crew dafür aufzulöschen. So, holen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Oh, oh. Oh, oh. Fuck, scheiße. Na, 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 na. Hey, lass deine Stange liegen, Arschloch. Oh, scheiße. Danke für die Stange. Oh, Mann. Gut, dass du ihn angegriffen hast. Der hat eine Pumpgun. Niedergestochen. Sauber gemacht, Ellie. Langsam bist du mir doch eine große Hilfe. Aber ich wette, es waren noch nicht alle. Niemand zu sehen. Nichts. Hier gibt's rein gar nichts. Das kann doch nicht sein. Keine Schublade öffnet sich. Nichts. Naja. Na gut. Ein Schokoriegel. Also wenigstens etwas. Okay. Das waren nur die zwei. Tatsächlich. Hätte ich ja nicht gedacht. Straße ist sauber.